So, Hallöchen, Popöchen, willkommen zurück bei PC Building Simulator. Wir freuen uns in unserer kleinen IT-Schmiede. Eines neuen Tages fröhnend. Praktikant hat keinen Kaffee gekocht. Alles kacke. Gucken wir doch mal, was wir hier schönes haben. Uiuiuiuiui. Den Onkel hier auf 1,5 Terabyte hochrüsten, easy. Machen wir den kleinen Schrottcomputer da schon mal an. Und vergessen wir nicht sparen für automatische Schrauben. So, feste Platte, drin, hopp dafür, einmal verkabeln. Strom und die Wand wieder dran und fertig ist der erste. Da nenne ich mich mal schnell verdientes Geld. Damit lässt sich doch echt arbeiten. So, was will der? Da müssen wir erst das Programm einmal draufziehen und bestellen. Der Onkel wollte eine bessere Grafikkarte. Oder ich kenne mal Robert. Mein privater Hintergrund, bevor er nachfragt. Jetzt ziehen wir erst mal ab. Okay, nur Grafikkarte und eine Staubreinigung. Sollten wir hinbekommen. Schiep, 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 schiep. Auf, 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 auf. Auf, 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 auf. Der hat jetzt die 960 Gaming E2 drin. Okay. Erstmal wieder schöne Staubbümpfe, Giftung holen. Nun, weil die Leute ihre PCs nicht pfleglich behandeln, habe ich noch mein Business. So, Grafik. Die war die alte, das ist die neue. Fehlt das nicht? Scheiße. Die braucht echt eine dickere Grafikkarte als die Null. Als die. Okay, ist ja kein Problem. Also, ich dachte, die größere reicht das schon. Was wird das für ein Budget? 500. Komm, können wir richtig rein. Will ich meine Karte aber wieder haben? Kann ich sicherlich noch irgendwo für verbrauchen. Was wird der? 16 Gig haben und der muss morgen fertig werden. So, ab dafür. Der Dunwold. Da. Popperfenster. Team Group. Keine besonderen Farbwünsche. Easy. Aus. Weil ich ja da wollte Team Group haben. Richter nämlich dann auch. Und jetzt noch. Sticky rein. Ab dafür. Und noch einen kleinen Viren-Scan. Na, ich liebe auch den Soundwerk von diesem Spiel. Aber der nervt. Kann ich irgendwas Schöneres machen? Ne. Ich habe mir auch noch einmal keine GEMA-freie Musik empfohlen, die ich hier spielen kann. So. Einmal die Pornoviren vom Junior weg machen. Fertig. Auch dafür. Und was willst du? 8 Gigabyte Aufrüsten-Staubreinigung. Mist. Mist. Scanner. Gerne. Jetzt ziehen wir erstmal ab. Da. G-Skill. Natürlich war der Nachwuchs mal wieder dran. Wer kennt es nicht. Ohohohohohohohoho. Ja. Ich habe schon viele versaute PCs gesehen, aber ich muss jetzt immer einen ganz besonderen Platz in meiner Lunge haben. So, starten wir den Newton mal. Ach, es ist am Anfang immer noch so eintönig. Wehren Scanner, kleine Aufrüstungen und das war es dann auch schon wieder. Leider, wenn es schnell geht, macht nichts. Oh, du hast mehr. Was machen die alle mit ihren PCs? Ja natürlich, Nachwuchs war dran. Abkassieren. Muss bis heute abgeschlossen werden, Kunststoff Weißkabel will der haben, kriegt der. Ja, erstmal machen wir die ganzen Kabel weg, dann haben wir ein bisschen mehr Übersicht. Ich bin ja eher alle ersetzt. Das müssen jetzt alle sein, sehr schön. Später gibt es auch noch Benchmark-Tests, wo man einen bestimmten Benchmark-Pferder füllen muss. Ich sage direkt, diese Quests übergehe ich. Nicht, weil sie nichts bringen. Sie bringen sicherlich was, sie bringen sicherlich sogar viel. Aber ich habe einfach keine Lust, der hat ein A-Data. 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 Kabel. Und Stoff ein Fabig-Beiß. ja man weiß das pc tuning ist nicht passion sondern fashion dann schließen wir doch auch mal alles hier an was soll der gar jetzt ist auch nie Vivian? nein der Vivian for Legions sehr schön Klappe zu Rechner tot und der da will ein Ablet haben ok dann werde ich schon mal sehen wir mal Dich ab den kann ich noch nicht anhängen den habe ich schon da CPU aufrüsten AMD den hat er drinnen da kriegt er direkt den hier rein der will auch eine dickere Grafikkarte was ist denn denn? ohne GTX auch eine CPU aufrüstung machen wir es nicht so einfach wenn das da klingt hier soll empfohlene Spezi easy peasy bald Level 4 so was wollen wir spielen nein Butterful Boyfriend nein Need of Legends nein same way empfohlen auch für keine weiteren wünsche der rechner läuft es war also doch kein fehlkauf manch einer würde sagen wir haben jetzt ein bisschen gefuscht ist aber nicht so dann bestellen wir jetzt mal die sache und beenden den tag und tag beenden das sind neue sachen nehmen wir direkt bei denen wir den letzten Ball nicht abgeschlossen haben jede arbeitsplätze hole ich mir erstens sobald ich Geld habe zweitens sobald ich anfangen muss jetzt mal gucken ob Robby irgendwie Sonderwünsche hat das sind die Sonderwünsche hat das sind die Sonderwünsche habe nein nein ja zählt jetzt kommt es lustig ich muss die Seitenklappe ab machen um hier oben zu reinigen realistischer Simulator und so jetzt kann ich den auch nehmen sehr schön das sind die Sonderwünsche hat die Sonderwünsche hat die Sonderwünsche hat die Sonderwünsche neuteile cpu aufrüsten keine Sonderwünsche neuteile cpu aufrüsten keine Sonderwünsche später wird es dem Spüler noch so richtige Tuning Sachen geben RGB um die Leistung zu erhöhen Wurstwasserkühlung alles wichtige was man so braucht Prozessor nicht vergessen wir haben die Leitspaste ein Bielonkibi so Mist da Mist schon unzufrieden Kiste wieder Maurer Grafikkarte Kiste Boah Easy Kunststoff Schwarz Kabel Ich würde sagen, es ist machbar. So, dann nehmen wir erstmal wieder alle Traber raus. Ich mag die Mantel übrigens mehr, darum benutze ich nur die. Ja, ich kann noch das gezählen, sehr schön. So, jetzt starten wir. Gut, dass es keine so monotone Arbeit ist, die wir haben. Ich glaube, der letzte war jetzt nochmal ein Prozzi, oder? Ja. Ohne Stoffreinigung. Dann bekommst du ja auch ein Apfel und eine Staubbrennigung. Der hat mich so ein bisschen an dem Power Wash Simulator. Und ich hab Prozzi zum Protzen. Einmal drauf jizzeln. So die Schandtat verdecken. Und starten. Das Leben eines ITlers. So, easy. Das stimmt nicht mit meiner Spiele der PC. Okay. Den müssen wir jetzt erstmal hierher bekommen, um dann zu schauen, woran es liegt. Ja. 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 16they hat eine Fortis 2.400er. So, das ist alles, nehmen wir die Aufrissteile, die kaufen wir jetzt, wir haben schon Geld. Wenn wir uns das wieder ein Upgrade holen, Strom sparen, Strom ist gelb und Strom sparen, richtig dunkel, aber wir sparen noch für das Upgrade. So, machen wir den mal zuerst gleich. Ach, wie auch diese Aussicht, die werben, da stelle ich meinen Lamborghini irgendwann. Doch, Joachim. Nichts, außer Upgrade, das ist doch machbar. Art of Stone, oh Bruder, mach nicht den. Ne, kann es noch nicht bringen. Diagnose. Ich weiß, ich hatte Harddraft-Disk. John Gustus. Glücklicher könnte er nicht sein und gibt vier Sterne, der Unehrenhafte. Das ist ein richtiger 31er Deutscher gewesen. Kein extra Wünsche, okay. Ich gehe schon am Arsch, können wir in die Rechte laufen. Ich kann euch übrigens trotzdem noch verkabeln, bevor ihr fragt. So gut. So gut. So gut. Oh, und. Ich muss auch nochmal im Shop gucken, weil irgendwann mach ich mir glaube ich das nur Spaß, wenn die nicht sagen, ich will das oder das. Dann kriegen die einfach pinke Kabel rein. So jetzt brauchen wir unseren allmächtigen USB-Stick. Und dieser USB-Stick ist so geil. Der hat nicht nur sämtliche Programme, der hat auch ein Bootmenü für ein Betriebssystem drauf. Ich will diesen USB-Stick haben. So, fertig. Und hier eine schnelle Viren-Beseitigung. Und wir warten. Wir warten. Dabei gucken wir bei Facebook-Gruppen, was es so schönes Neues gibt. Wir sind da. So. Fällig. So, ihr wisst, wir müssen hier die Diagnose erstellen, um zu wissen, was es ist. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin auch wieder reingehauen. Bis dahin.